So ihr Lieben, Gewinner ohne Scorer aus 5 macht 13. Let's go! Will Kessem, euer Liga Insider. Gewinner ohne Scorer bisher, das waren immer 5 Stück, 3 auf dem Thumbnail. Das war eigentlich immer zu klar, deswegen dachte ich, komm, wir schmeißen mal die Gewinner ohne Scorer in die Pyramide und schauen mal was passiert. Und wenn ihr das feiert, lasst gerne Liebe da, macht hier gerne ein bisschen Alarm, da freue ich mich immer. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein in die Gewinner. So, und da muss ich ja auch hier ein bisschen was erklären. Ich hab das natürlich hier wieder eingeteilt in so Tears und genau, wir fangen hier unten an. Unten seht ihr schon Scouting-Bericht. Die Jungs sollte man hier auf dem Zettel haben. Wir haben Ersatz-In, wie Check-In. Die Jungs kommen jetzt rein durch Ausfall. Wir haben den Programmspieler, der gefällt mir hier am besten, hier schon mit der Fernbedienung. Der bekommt das beste Programm in den nächsten Wochen und wir haben den Star der Woche, da bin ich auch ganz gespannt. So, und damit starten wir rein. Scouting-Bericht. Der erste Spieler, das ist Kai Shusano und im Team-Check, da hatten wir den schon, als einen der zweikampfstärksten Jungs aus der J-League. Und das zeigt er auch gegen Gladbach. Führt 17 Boden-Zweikämpfe und gewinnt 65% davon. Das ist ein Wahnsinns-Stat. Und auch die Luftkämpfe stark da mit 50% bei einer kleinen Körpergröße. Der Junge ist nämlich eigentlich nur 1,76. Also schraubt sich da richtig hoch und schraubt sich auch hier schön rein. Tacklings auch richtig stark da. 4 von 6. Und ja, ganz fleißig. Auch da alle Aktionen, die zum Ball gingen, auch die waren super gut abgefangene Bälle. Balleroberung, richtig guter Mann hier. Die ganze Heller-Note hat er hier auch drin. 2,5. Und wird immer mehr der neue Barrero. So, so. Und wir bleiben mal im Freitagsspiel, wechseln aber das Team und gehen hier mal zu Julian Weigel. Der hat da wirklich Top-Werte, auch da im Boden- und Luftzweikampf. Richtig, richtig gut. Und der wird jetzt immer zu diesem Führungsspieler, den sie auch alle sehen wollen, in Gladbach. Und das ist gar nicht so leicht, weil vor ihm wird gerade viel auch verändert, da mit Plea Stöger. Das heißt, da muss er auch immer nochmal den Passweg wieder neu einschätzen und den Laufweg wieder neu kalkulieren. Und deswegen gefällt er mir gerade umso besser, besonders auch statistisch. Und er ist im Scouting-Bericht hier auch angekommen mit der Liga-Anzeiter-Note 2,5. So, weiter mit Amos Pieper. Und Liga-Anzeiter-Artikel, da habe ich schon gelesen, als linker Innenverteidiger Pieper überzeugt Coach Werner. Und da haben wir hier noch einen O-Ton mitgebracht. Er ist schlau und hat keine Probleme damit, auch mal auf der anderen Seite zu spielen. Ja, das ist starke Fuß, ist ja der rechte beim Amos. Aber gegen Leverkusen, da hat er auch mal gezeigt, dass es auf der linken Seite auch gut geht. Wahnsinn. Da auch in der Statistik super viele Points da auch reingeholt. Auch da Chapeau an alle, die an den geglaubt haben. Richtig, richtig cool. Und über Anthony Jung, über den redet in Bremen aktuell keiner. Der kam dann irgendwann später in der 82. Minute mal rein und den lässt den Jungen, lässt er gerade alt aussehen, wenn man es so sagen möchte. Der schnellere, agilere Mann hier, kommt ja auch hier ein bisschen auch aus Bielefeld. Der hat den Sprung wirklich richtig geschafft und die haben mit dem Punktgewinn auch einen richtigen Sprung da geschafft. Richtig stark gemacht. Die ganze Zeit der Note 3,5 und der ist gar nicht mehr wegzudenken, gerade aus der Startelf. So, weiter geht es mit Kevin Kampel und der hätte vielleicht auch ein Regal höher gepasst, denn er ist ein Rückkehrer. Wiedergenesen, aber da gibt es halt keinen Ausfall, deswegen passt das hier auch ganz gut. Wiedergenesen von einer Muskelverletzung im Adduktorenbereich. Im Mainz-Spiel, da gab es schon wieder die ersten Minuten, da hat er knapp 40 abgeknipst und jetzt für Vermehren gestartet gegen Freiburg. Und auch da einen hohen Aktionsradius, gerade halb links und linke Seite da auch schön im Zusammenspiel mit Benni Henrichs. Das hat mir sehr gut gefallen in der Kombination. Ja, Stabilisator Kevin Kampel ist zurück. Und auch er, ein bisschen überraschend für mich, hatten wir auch nicht in der VA gedacht. Stanley Nzoki setzt den letzten Haken hier im Scoutingbericht und startete für Chavez. Also den hatten wir nämlich in der VA auch erwartet. Matarazzo hatte aber einen anderen Plan, hat dann den Franzosen ausgepackt hier, den Stanley. Und der war super stabil in der Zweikampfführung, gerade auch gegen Wanner. Den hat er da ein ums andere Mal abprallen lassen und richtig cool gemacht da. Gesetzt jetzt erstmal mit der Liga in Zeit der Note. 3,0 vollendet hier unseren Scoutingbericht. Und damit gehen wir weiter in Ersatzin und die mache ich hier mal ganz fix. Wir haben mal hier Chase, Überraschungsstart für mich. Wir hatten ihn auch in der VA, dachten aber eher, dass er rechts für Wagner Mann eventuell reinkommt. Und da hatte aber, ja, Hoeneß hat das anders gemacht und kam dann innen rein für Roho. Das ist ja auch eher seine angestammte Position. Hoeneß setzt hier auf Frische, rotiert hier mal munter durch. Roho kam dann erst im Laufe des Spiels rein. Und warum Chase jetzt starten könnte, auch im nächsten Spiel, das ist ganz einfach erklärt. Denn Chabot hat sich eine gelb-rote Karte erlaubt. Ja, das war da bei Robert Hartmann. Da gab es nämlich einen Stairdown von Chabot und ja, da war Hartmann ganz konsequent. Und er hat den Highspun mal einkassiert hier mit Gelb-Rot. Einfach da wegbleiben. Das wird auch so ein Stairdown bestraft in der NBA. Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Und deswegen Chabot raus und Chase in. Wir gehen mal weiter hier zum Keeper. Peter Gulaschi, Sprunggelenksprobleme. Wollte eigentlich nochmal rausgehen. Aber hat dann zu Marco Rose gesagt, Junge, das geht nicht mehr. Und ja, blieb dann in der Kabine. Martin von der Ford ist dann für ihn gestartet. Kein Gegentor, das können wir ihm direkt mal hier akkreditieren. Und wir müssen hier direkt nochmal die Woche abwarten. Im Pokal wäre Martin so oder so gestartet. Das haben wir schon gehört. Gemäß heutiger PK von Rose. Gruß an unseren Redakteur Robin. Der hat das hier direkt für mich rausgefischt. Und Peter mit dicken Knöchel, aber keine Bandverletzung so Rose. Deswegen schauen wir hier mal von Tag zu Tag. So, wir haben den nächsten hier. Dina Ebimbe. Der kam gestern für Rasmus Christensen rein. Muskelverletzung da auch im Oberschenkel. Da steht jetzt die MRT-Untersuchung an. Da hoffen wir mal, wie auch bei den ganzen anderen Verletzten hier, die besten Genesungswünsche und hoffen da auf keine lange Ausfallzeit. Wir sehen jetzt aber erstmal Ebimbe. Der rutscht da gestern ins Spiel dann für Christensen. Und vielleicht dann auch auf die Schiene, auch am Wochenende. Das könnte gut sein. Ebimbe, auch ein interessanter Mann. Gerade wenn wir uns auch das nächste Spiel angucken. Da geht es nämlich zu Hause gegen Bochum. So, und unser letzter Mann hier aus der Ersatz-Innenkette. Ja, bitter auch die Negativ-Nachricht am Freitag. Burkhard fällt da aus. Muss da schon früh runter. Und auch da natürlich die Genesungswünsche. Ja, Muskelverletzung im Oberschenkel haben wir eben schon gehört. Das schrieb mir hier auch Bennet. Gab da jetzt so leichte Entwarnung. Da gibt es jetzt immer mal ein Update. Und ein bis zwei Wochen. So hofft man intern. Könnte aber natürlich auch länger ausfallen. Und für ihn kam auf jeden Fall rein Amindo Sieb. Den haben wir hier gescoutet. Und der sollte auch am Wochenende starten in Freiburg. So, dann gibt es jetzt hier die Fernbedienung. Also, den liebe ich jetzt schon hier. Die, äh, unseren Programmreihe hier unter dem Star der Woche. Und wir starten mal mit Tom Bischoff. Der war hier schon mal im Gewinner ohne Scorer-Ranking. Letzte Woche ja mit Scorer auf Bülter. Deswegen konnte ich den hier nicht reinnehmen. Und jetzt wieder das absolute Monster-Game gestern abgerissen. Hoffenheims bester Mann aktuell mit 19, liebe Leute. Mit 19, ne? Der schickt hier wirklich alle Bewerbungen raus aktuell für Rookie des Jahres. Und er macht mir super viel Spaß. Ist so ein mitspielender Lenker im Mittelfeld. Und saubere Pässe hat er. Ganz robust im Zweikampf. Und auch immer den Blick fürs Timing. Defensiv wie offensiv. Und die ganze Zeit der Note 2,5. Ja, die, ähm, die bestätigt ihm hier das auch. Und das Programm noch fix erzählt. Dann Pauli zu Hause. Und dann geht es nach Augsburg. Also, Tom Rowland habe ich hier. So, mein nächster Programmmann, das ist Patrick Meinker. Auch er zauberte gestern die LI-Note 2,5 raus. Ja, Karl kommt wieder so richtig in seinen Heidenheimer Gameflow aus dem letzten Jahr auch. Und super Werte da auch statistisch. Richtiges All-Around-Game im Heidenheim. Dress abgeliefert gestern. 87% Pässe. Bodenkampf 88% sogar. Und Luft auch 2 von 3. Dazu noch 4 geklärte Bälle und ein Block on top. Den hat er auch noch drin gehabt. Also absoluter Aktivschrank hier. Geh vielmehr richtig gut. Und ist hier mein Man in the Middle auf Programmspieler. Und die bekommen jetzt Kiel und Wölfe. Also auch hier ein gutes Programm. Und genau dahin gehe ich nämlich für meinen Nebenmann, die griechische Krake. Ja, Konstantinos Kuliarakis. Das Ungeheuer. Das hat sich blicken lassen bei mir hier am Millern-Tor. Und hat das richtig stark gemacht. Neue Kombi da mit Wavro, die sich da jetzt immer mehr eingroovt. Gefällt mir da auch richtig gut. Und in den Daten haben wir da auch schon Brief und Siegel draufgepackt für Weltklasse-Statistik. Besonders die sieben Erklärungen, die sind mir in Erinnerung geblieben. Und auch die drei Blocks auch da richtig gut gemacht. 80% in der Luft beim griechischen Kollegen Janis aus der NBA abgeguckt. Absoluter NBA-Style hier. Sehr, sehr geil. Und die Wölfe, für die geht es jetzt gegen Augsburg und dann eben in Heidenheim. Also coole Wochen auch für ihn. So, und dann der Star der Woche. Für mich gibt es hier einen fetten Stern für Big Mitch. Also Köln echt stark ausgebildet da in der Jugend. Auch da Flo Weertz. Und gegen den ging es nämlich am Wochenende. Und Mitch für mich, ja, der Star des Spiels. Kreierte Großchancen hat er drin. Die Torschussvorlagen hat er drin. Absoluter Aktivposten. Gerade auch im Umschaltspiel hat er mir sehr gut gefallen da. Für Bremen und, ja, den ging es da immer zu suchen. Und gefällt mir da gerade richtig gut. Auch in der Kombi da auch mit Dux, die absoluten Game Changer des Teams. Und deswegen Wieselweiser für mich der Star der Woche. So, für die Leute, die auch schon die Pyramide mit Guido kennen. Denn da picken wir immer noch am Ende den Mann der Reihe. Und das würde ich hier auch noch ganz fix machen. Scouting-Bericht, da nehme ich mal Kevin Kampel. Darum brauche ich hier den Top-Player-Profile. Dann nochmal ein Zürer-Ersatz in. Da nehme ich Dina Ibimbe. Glaube ich auch gerade mit dem Match-Up gegen Bochum. Das könnte auch richtig cool werden. Und Programmspieler. Da gibt es natürlich nur einen Mann. Das ist Tom Bischoff. Yes, Sir, das waren sie. Unsere Gewinner ohne Scorer. Und vielleicht habt ihr noch einen dabei für mich. Dann haut mir den hier, tippt mir den gerne mal in die Kommentare. Und damit wünsche ich euch eine schicke Woche. Und wir starten rein. Tschüss.